Ja, der Warwick ist hier unten Ich kann auch mit da Wow, ich kann da noch einen Ich kipp mich nicht dein scheiß Turm da Das kann echt nicht wahr sein Ich kann mich nicht Boah, der hat eigentlich lange dauert oder so Scheiß Ich bin drauf Wow, ich will Baron machen Ja gut, er hat die perfekten Items Wieso? Er hat einen Matriz Achso, den Blade of the Roman King hat aber nicht Ja, Chaco tot? Naja, dem Blut Lebt nur Nidalee und die hat nicht viel Leben, die ist unten Oh, weil die ist wieder voll Oh egal, die ist unten Ah, Chaco ist jetzt wieder da Geht mal Geht den Baron Gottbaum Der wird zwar sehen, dass ihr den macht, aber Vom 3 Sekunden noch Nein, dann hätte ich den Buffo gehabt Ja Jetzt liebe ich wieder Ja Ja Ja, Boic ist aber gar nicht so scheiße Ah, doch Ich muss sogar sagen, was der kriegt Echt? Ja, ne, für Bällchen rum Ja Zu Anfang war er ein bisschen schwächer Jetzt sind die Seelen wahrscheinlich von Trash Ja, das kann sein Ja, Marcel sammle ich ihn nicht so gerne auf Ja, Marcel sammle ich ihn nicht so gerne auf Ja, da hat er einen Disconnect schon Rage Quit Blau? Sollen wir mal Blau machen, bevor die jetzt holen? Nein, nicht mehr Ich will mal Blau holen Ach so Rage Quit User in your channel Timedast Halt Wie bleibt Alter, da haben die uns gechatten beim Blau Ja, dumm gelaufen 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 Oh, das finde ich nicht gut Ja, das finde ich nicht gut Deja Luder So Das stimmt wieder, die sind alle weg Also da ist jemand Wo haben wir holen? Wo haben wir ihn? Das ist immer cool. Und sonst haben die uns eben geklaut, die Wichser. Ich hab auch wieder Ulti. Da ist der doch. Da kommt er. Oh man. Da ist ein Küder. Jetzt haben wir wegen dir verloren. Ah, wir werden nur von der Herstelle, sagst du? Geh mal nach rechts. Da ist ein Bug. Ich glaube, ich muss... Auch wenn es mir leid tut, ich kann heute Abend nicht eure Pläne zum Einschlafen anschauen. Ich muss leider meinen PC ausmachen. Ich glaube, der wird nur so zu warm. What? Nein, mein Rechner ist gerade einfach ausgegangen. Aber den Wetter kann ich das auch verstehen. Ja. Hallee, scheiß Fink, ja. Was hält ein Küder da? Ah, 30%. Ich bin auf dem Weg. Ich hab das auf 4 gegen 2 gekämpft. Oder 5 gegen 2. Ja. Ja. Hm. Scheißendreck, scheißendreck. 4-6. Von 1-12 auf 4-6. Geht auch eigentlich noch klar. Wir nehmen alle noch. Ja, aber nein, von denen. Oh Gott. Boah, er kriegt ja dicker Eier, ey. Ja, wir konnten ihm. Jetzt können wir wieder weitermachen. Sagst du? Glaub ich nicht. Ah, du spielst mir damit? Ja, auch mit einer Aegide. Warum hast du eine Aegide? Das besser ist, wenn wir eine haben. Ah, hab ich halt auch gerne eine gekauft. Hm. Du hattest der Spiegel bitte schon wieder. Oh. Ach. Ach. Er ist so klug im Kopf. Mein Gott. Alter. Feed doch noch ein bisschen mehr Scheiß, Warwick. Hier, Jay. Ja, Warwick ist doch eigentlich ganz gut. Ja. Eigentlich. Das ist ein zweitgehender Spot. Er hat die meisten Kills zurzeit. Oh. Und auch mit die meisten Assists. Aber er hat doch die meisten Deaths. Also er ist Licht und Schatten. Wir sollten ja weg. Die laufen irgendwie die ganze zusammen rum. Kann das sein? Ja, ja. Los, da. Lauf die sowieso relativ selten alleine. Also irgendwie. Mein Gott, der hat Blue gestiert. Die erste bitte Blue da zu haben, wo Blue jetzt steht. Könnte man auch von hinten. Die pingen auch die ganze Scheiße Richtung. Wo sie hinlaufen wollen. Rinder! Die spielen schon gut als Team. Alter. Kann nicht wahr sein, ey. Kann nicht wahr. Weggekommen. Echt? Weit mir nicht an, dass der Shake hochgekommen ist. Ja, ich war ja so. Der macht mir trotzdem Damage. Hier weg. Sonst geht an den Viechern drauf. Ich hab ihn gegrappt. Ja. Ja. Das war schon. Hier oben haben wir Farmer 3. Oh, er hat ihn gegrittet. Sorry, ich dachte Choco wäre eigentlich schon tot. Aber Nidalee und Riven haben wir tot gekriegt. Also sehr gut. Und Ash. Ja, Ash auch. Hast du erschrocken? Ja. Ja. Oh wow, ich will wieder Baron machen. Na, ich will weiter bauen. Der hat einen Arcade dabei, ich habe auch einen. Ja, der war unauffindbar für den Fein. Ja, wir sollten unter Warwick hergehen, der läuft ziemlich straight zu... Genau. Ich schätze mir den da alle. hatte dich bauen wer doch nicht jetzt können wir den machen jetzt weiß ich was ihr meint mit war jetzt die verarschung angegriffen und dann ausgesprasst den anderen geister euren blue und deren jungle geworden das habt ihr aber beide nicht geworden das war kacke da sind sie schon ja eben das ist auch geworden ad trash ist cool neuer ad carry drücken beim kraft anwender ich kann direkt was er richtig gut ist recht geben gerade 92 und von oben Ich muss mich reinheizen Bringt einfach ein Statikstich und... Ja, die Klinge Oder wieder Tief, die ließt Warum Ach, Manu... Ach, der ist Schocko, ne? Ich hab noch mal ein Schocko da sagen Warum? Alter, der Schocko schon alles hat Ähm... Ich sag doch, der ist ja noch Schocko Ich hab gesagt, der kommt unter Records Ja, und ich hab den Mikro auch Intervap Aber trotzdem Danach Er wird sich den machen, wenn du sagst, der kommt Er ist unsichtbar Ja, toll Er kommt da jetzt Und nun? Und reingreben? Hm... Hm... Das klar Kein zurück Was soll ich denn machen? Was willst du tun? Oh, ja Was willst du tun, FTW? Ach, Kinner Was kaufst du dir jetzt mit Sheen hin? Äh... Äh... Wenn du nicht gehen musst Oh... 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 Weißt du, ob... Wenn nicht mit Noxion angreift und dann diesen die passive Auslöser, also die Wächenschaden Äh... ob der bei Eisbon dann auch funktioniert? Natürlich Natürlich Leute Achso Das ist eine ganz gute Waffe dann Gutes eingeziehen Also wenn du ein Skill machst und dann mit einzuschlägt oder weh? Ne ohne Skill, die passive einfach nur Auslöse Äh... Glaube ich nicht, aber kannst du mal ausprobieren Oh mich Fängt uns auf der Botline, wir sollten noch nicht falten Ja, wir müssen schon runden runter Ja, wir müssen schon runden runter Ja, die machen Barrels Das ist wahrscheinlich nicht so viel, die wir gerade machen, ne? Ihr seid übrigens mittlerweile in Führung Nicht mehr Chaco macht wieder alles Alter, der Chaco, das ist echt der Hammer Der hat noch volles Leben Ja, weil der Chaco erst danach von der Botlane in den Falk reingekommen ist Ja, weil der Chaco erst danach von der Botlane in den Falk reingekommen ist Trotzdem Aber scheiße Was ist denn mit Nass? Das war's? Ja, das war's noch nicht Aber doch vielleicht Doch, das war's Also wir können doch nicht zündlich haben wir damit zu nehmen Ähm... Ähm... Wer lebt denn dann wieder? Blitzkrieg Wow! Schaut das hier mal auf die Idee kommt sich ein gefrorenes Herz und ein Randoin zu kaufen Warte Warte Nichts was gegen den Chaco helfen würde Ich habe mir jetzt ein gefrorenes Herz, du hast schon einen Bulwark, ne? Ach... Warte 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 Ach... Warte Warte Schönen Warte 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 Aber was ich gerne mal von den Leuten wissen würde, ist, wenn ich die Frage stellen darf, so an die Zuschauer, was man, äh, was ihr von Trash haltet. Nein, was die Leute von Trash halten. Ja, 7. 42. Nein, 42 ist nicht scheißegal. Mal Kuchen. Keiner Sand. Güll aus dem Pott. Geil. Geil. Bin als Kind mal in so einen richtigen Gülle-Graben reingefallen. Echt? Ja, das war richtig super. Deswegen riechst du jetzt noch so. Ja, das ist wie mit Oblex-Takes. Guck mal, hier steht so eine Falle. Meins. Die kommen alle aus der Mitte. Ja, ja, ich weiß. Was willst du tun? Ein Eisbarn bringt überhaupt nichts für. Voila. Jetzt geht's los, oder was? Und von hinten rein. Na, Schäckung. So auch nicht. Ja, die verpissen sich immer zu Schacko. Wie viel hat denn der mittlerweile? 17,7. Ja, sicher. Irgendwann ist er völlig mit, man kann er nicht mehr einkommen. Haha. Ja, du hast auf jeden Fall Trost, ja. Hier kann man nicht sagen. Stärker kann er nicht mehr werden, das schon. Eher. Ist das so, oder nicht? Ohne Spaß, der nächste, der hier vor die Flinte kriegt, in den Halt sich einreihen. Aber die zwei sind völlig. Wie der einfach nur kriegt, der Shuttle, selbst Christian, 867 Crit Damage kriegt. Obwohl der dick Rüstung hat, ne? Hahaha. Scheiße, ja. Ah, Cutter hat gefehlt. Oh mein Gott. Ich hab gefehlt. Und ich bin in die Mitte reingelaufen. Mitte rein. Nein, wir surrendern jetzt nicht, was denn das für ein Quatsch, ey. Surrender, eine Hoffnahme. Hallo. Hottofuck. Hier generell zu rändern, wenn du schon verloren hast, kannst du auch für dich machen lassen. Das ist ja langweilig. Schön drauf treten. So muss man. Na, ich kann nicht mehr so rauszukommen. онаht 보세요. Mach's mal. Dann mach das mal. Am besten noch 13 Sekunden. Das ist zu lange, äh, dein Link ist echt hier. Nein. Das war's jetzt eh, außer der Inhibitor kommt bald wieder, weil Chaco kann einfach so Backdown, wenn er will, mit seiner Geisterklinge. Er kann auch unter die Geisterklinge einfach so Backdown. Ah ja, okay. Braucht er nur ein bisschen länger, bis er da ist. Ich mein, die Geisterklingen auch freuteste Attack-Speeds. Die machen Barron. Ah, die machen Barron. Oh, die haben Barron gemacht. Ab in die Base und hoffen, dass wir schneller wieder zurück sind als die bei uns. Geister, Warwick. Oh, Warwick. Get Balls deep. Echt jetzt? Und er kauft sich weiterhin nur Leben. Chaco, Chaco wird Backdown. Ich bin der Motherfucker, ey. 17 Kills hat er mittlerweile. Alter Vater. Ja, bist du noch nicht aktuell, ey. Ach gut. Ich hab's gewartet, aber warum? Die Nummer 18. Bist immer noch nicht abzulegen. Du bist immer noch nicht abzulegen. Ich sehe noch einen Cutter und ein Blitzkling, der gerade wegrennt. Ja, mich kriegt er nicht. Oder Blitzkling kriegt er nicht. Mich kriegt er nicht. Kommt wieder alle durch die Mütter. Ja, aber mich kriegt er dann am Schuld, glaub ich, später. Ne, ich hab's jetzt 19. Du bist dann durch. Und das Cheat Girl. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch seine 18. Gerade. Es hat ihm jetzt alles voll. Ich hab's nicht. Ja, stimmt, ey. Kann ich damit rechnen, dass er 24 hat? WTF? Ich hab's jetzt schon. Alter, habt ihr echt so versagt? Das glaub ich ja nicht. Da ist seine Nummer 19. WTF? 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 Und wir haben sich alle hinterher. Du CSS2 inици. W funktioniert jetzt von hinten flicken, während wirartoiten. Achy, jetzt jetzt vorbei. Ich gehe jetzt vorbei. Ich gehe – Nein, die geben da nicht auf, oder? Nein, das soll sich zu Ende pushen. Pusche. Trotzdem, bin ich ADD scheiße. Scheiße, okay. Aber der Worry, kein Width End, kein geborenes Herz, nichts. Aber der Hauptsache, der ist einfach von gegebenenter Mann von mir, der hat alle Lehns erst mal weggenommen. Ja, klar, ich stand später gegen einen 7, nee, 6-1, Chaco auf der Bot-Line. So, das war's, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal.